Was ist der Mehrwert davon, dass die Ausbildung live ist? Der Mehrwert davon ist die Interaktion, die Spontanität, die entsteht während der Live-Sessions. Die Sarah konnte ganz spontan auf uns eingehen und interagieren, aber auch die Co-Coaches. Es war eine Lebendigkeit, die dadurch geschaffen wurde. Und ich habe sehr profitiert von dem Austausch auch innerhalb der Gruppe. Also wäre es jetzt rein videotechnisch gewesen, hätte mir diesen Mehrwert überhaupt nicht geben können. Das Live ist eigentlich etwas, was einem sonst keine andere Sache bieten kann. Es ist einfach der Kontakt und auch die Verbindung zu den Menschen, die geschaffen wird. Und es ist auch so, dass dadurch ganz anders reagiert werden konnte, auch von Seiten eurer Akademie. Von Sarah oder von euch, dass ihr mit uns ganz anders umgehen konntet und wusstet genau im richtigen Moment, was zu tun ist. Es ist ja viel lebendiger, als wenn ich jetzt nur ein Video mir anschaue.